ARD Text im Auftrag von Funk Einen sicheren Übergang hierher zu kreieren Wenn solche Viecher nicht auf die Ideen kommen Ja, das meine ich Genau davon sprach ich So Hopp hopp Dann sind wir zumindest schon mal von überall außer von der Seite gesichert Das ist ja schon mal was Über, außer von der Seite, also von oben Äh Klack Okay Er kommt Er kommt Juhu Es funktioniert Er schläft Was? Äh, das ist falsch und zwar beides Warum brenne ich immer? So So Na komm So Der Grabter kommt raus Und klack Klack Ist aber auch geil aus, oder? 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 Passte wohl genau Klack 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 So Dann können wir das jetzt so machen, eventuell Damit wir noch ein bisschen mehr geschützt ist Damit wir noch ein bisschen mehr geschützt ist Klack 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 2 1 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 Da kann man ja von oben auch die Dinger runterhängen lassen. Da kommt ja nichts unbefugtes rein. Und jetzt sieht das schon was geileres. Also richtig geil. Hier fällt mir. Da kann man nichts gegen sagen. Da muss folglich ja hier jetzt auch sowas sein. So. Da muss frei sein. Genau, sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, meine Freunde. Jetzt will ich mal dazu den Sinn machen. Ich nehme mal, wenn wir so wenig haben davon. Du Befotzer. Das habe ich nicht gesagt, nein. Das wollte ich nicht sagen. Das tut mir leid. Ich bin ein bisschen... ...vom Kronklitz-Play über irgendein... ...der Evil-Wilf-In mitgerissen. Wo solche Leute ausnahmsweise angebracht sind. Ich kann zwei die Fresse halten da oben. Das ist ja alles. Was? Sind es zwei? Und treffen die wie? Zielsicher wie eh und je. Jep, doch. Das müssen Profis sein. Ich glaube, wir sind das. Was? Es sind drei. Okay, nur noch zwei. Wow. Alles klar. Kein Kommentar dazu. Ja, ne. Kein Kommentar dazu. Egal, wenn ich das nur so wenig Erde mitgenommen habe. Anderes als bei der Garstigkeit. Garstigkeit, die momentan vorliegt. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee gewesen. So. So schön gut, wie ich das hier mache. So schön gut, wie ich das hier mache. Aber wir waren nicht so wie drüben. Weil ich so... Okay, da haben wir das schon mal so gemacht. Rein theoretisch könnte ich meine Neverworts-Parm doch auch hierher verlegen, oder? Warum? Ja, eigentlich. Was heißt rein theoretisch? Hier kommen sie ja auch eigentlich an die Neverwortsen. Ah, da fallen der Herr. Achso, ja klar. Du musst ja natürlich nicht. Aber du musst es ja in die richtige Welt verlegen, weil du würdest dich auch wachsen sehen. Wenn du nicht dabei bist, wächst es ja nicht. Das Problem bei der Sache. Die Gesichter sind echt gut. Du musst ja bisschen soны. Juuuuhuu. Guck mal, man hat einen Chat rein, was dabei so ist. Nischt! Uh, nischt ist gut. Okay. Ja, wir machen also, ich glaube, wir bauen doch mal da richtig, wenn wir weiterfahren. Wir machen also Steinkummer hier sowieso gerade nicht. Ich habe mir das jetzt irgendwie ja spannender vorgestellt. Hier regnet es. So, aber es ist ja gut, dass wir gerade das Zeug gesammelt haben, weil... So lange müsste man hier mal wieder weitermachen. Auf der Levelwarzenform. Und ich verlegte es wirklich nach unten. Nach oben, meine ich. Ich glaube, ich verlegte sie nach oben. Ich weiß auch schon genau, wo ich die hinbaue. Ich weiß auch schon genau, wo ich die hinbaue. Entschuldigung. Auf der Levelwarzenform. Ah, dann auf der Levelwarzenform. Es ist jetzt hier. Warum braucht ihr im Prinzip ja nicht viel davon? Ein bisschen was reicht da ja vollkommen aus So Jetzt ist die Frage, wie ich das aussetze Ich habe schon schlimmer ausgesehen Den Kies Und deuten so die Wege an dem, die man dazwischen läuft Man läuft ja zwischen den Warzen hin und her Um an die ranzukommen Wow Kleine Aktion So Ja, warum nicht? Viel Spaß kann jetzt zugemacht werden Hier Da ist die Tür rein Das muss sowieso noch alles umgebaut werden Genauso wie hier das alles muss umgebaut werden Das müssen wir gleich machen Aber erstmal muss ich dann keine Aufnahmenpause machen Nicht Pause direkt, sondern einfach nochmal kurz was machen Und dann können wir uns da heransetzen, dass wir das alles beheben Und das schön machen Und eine richtig lange Session hoffentlich im Kriegen mal wieder Und da sind wir gleich wieder Bis dann Tschüss Bis dann Tschüss Vielen Dank.